Willkommen in der Dr. Oetker Versuchsküche. Heute backen wir Tarte au Chocolat. Einfach und schnell mit unserer Backmischung. Zudem zeigen wir Ihnen eine Rezeptvariante mit einer cremigen Schoko-Espresso-Sahne. Die Einkaufsliste für unsere Variante finden Sie direkt neben diesem Rezept oder auf oetker.de. Für eine klassische Tarte au Chocolat belegen Sie zunächst einen Springformboden mit Backpapier, das Sie zwischen Boden und Rand einklemmen. Jetzt den Backofen vorheizen. Die Backmischung verrühren Sie mit der Butter, sie muss wirklich weich sein und in Eiern. Dabei stellen Sie den Mixer kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe ein, dann staubt es nicht so. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Jetzt den Teig auf dem Springformboden glatt streichen und ab damit in den Backofen. Wir schlagen Ihnen jetzt eine leckere Variante der Tarte vor. Für unsere Schoko-Espresso-Sahne-Ecken geben Sie den Teig nicht in eine Springform. Stattdessen streichen Sie den Teig auf ein halb gefettetes, mit Backpapier belegtes Backblech. Das sind ungefähr 40 mal 15 Zentimeter. Legen Sie einen Streifen Alufolie als Begrenzung vor den Teig. Auch in dieser Form muss die Tarte nun etwa eine halbe Stunde backen. Nach etwa 25 Minuten machen Sie eine Garprobe. Dafür mit einem Spitzenmesser in den Kuchen stechen. Er ist erst fertig, wenn kein Teig mehr am Messer haftet. Soll die Tarte aus Schokolade besonders saftig sein, dann nehmen Sie sie nach der ersten erfolgreichen Garprobe heraus. Jede weitere Minute Backzeit lässt den Kuchen etwas weniger saftig werden. Lösen Sie sofort nach dem Backen den Kuchenrand von der Form, dann abkühlen lassen. Während des Erkaltens setzt sich der Kuchen. Den Kuchen stürzen Sie gleich zweimal. Zuerst auf ein mit Backpapier belegtes Küchenbrett oder auf einen flachen großen Teller. Dann zurück auf eine Tortenplatte. Fertig ist Ihre Tarte Schokolade. Für unsere Variante lösen Sie zwei Teelöffel Instant-Espresso-Pulver in einem Esslöffel heißem Wasser auf. Gut abkühlen lassen. Schlagen Sie Sahne mit Zucker, Vanillinzucker und Sahne steif steif. Den Espresso unterrühren und die Sahne auf dem Kuchen glatt streichen. Schneiden Sie die Gebäckplatte nun in acht Rechtecke, die Sie noch mal diagonal halbieren. Die Ecken bis zum Servieren kalt stellen. Wenn Sie möchten, verzieren Sie sie kurz davor noch mit Schokoraspeln oder Mokkerbohnen. Und schon haben Sie sich ein Stück Frankreich nach Hause geholt. Die Dr. Oetker Versuchsküche wünscht Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.